yo was geht ab freunde willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar heute geht es wie ihr schon in der video beschreibung gelesen habt um kollega und macho die zwei droppen heute um 23 59 einen neuen song beziehungsweise um 0 uhr das ganze könnt ihr dann auf allen streaming plattformen streamen und euch das musikvideo auf youtube reinziehen was ist denn los mit ihr zwei geil feiere ich die beiden waren ja zusammen auf ibiza gewesen keine ahnung wie lang haben dort ein bisschen party gemacht und so fand ich eigentlich ganz lustig ich habe jetzt nicht gedacht dass daraus neue song entsteht ja aber ich würde auch nicht länger daran umfackeln wie gesagt wir gönnen uns ja eine hörprobe vom lied und dann müsst ihr noch abwarten bis heute abend und dann könnt ihr das ganze euch komplett reinziehen dann würde ich mal sagen let's go also wie gesagt was ist denn los mit ihr zwei ist ganz lustig das ganze lied geht 2 minuten 40 ist in ordnung sonst was soll ich noch dazu sagen wie gesagt die haben einiges an spaß gehabt auf ibiza ich glaube ibiza war das war das hirscher oder ibiza ich glaube die waren auf ibiza ich hoffe ich sage da jetzt nichts falsches ja wie gesagt ich würde mal sagen wir gönnen uns noch ein part von majo muss mal kurz schauen wann da ein part kommt also ab 1 minuten 20 hören wir rein da ist majo auf jeden fall sein also wie gesagt leute müsst ihr doch abwarten bis heute abend dann könnt ihr euch das ganze komplett reinziehen ich feier das irgendwie ich weiß auf jeden fall was ist denn los mit dir ja majo hat mit seinem letzten track auch gut was weg und ich finde den track übertrieben geil ja und kollega feier ich ja sowieso also in diesem sinne das war es eigentlich auch schon mit dem video ein recht kurzes video nur eine kleine hörprobe vom song und da würde ich sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal